der dp 11 passiert wie viel meter kann ich nicht beim brunnen rauslassen damit hier nichts passiert das passt jetzt schon hey hauf 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 ah guck mal dann einfach smooth alter denk dran da ist noch ein feindlicher M9 nö da ist noch einer ohne Hexagon direkt neben mir ich komm nicht runter ich weiß ob ich die Karte treffe oder nicht ja du triffst die Karte wo ist die lustigen? ne hier bei uns oha jetzt absetzen absetzen abhacken abhacken habe ich bis raus warum startest du wieder runter da? ja weil er M9 es grad abdringen wollte wo seid ihr? ich sehe es nicht aufpassen philip rektrotor ist offen wir überfallen ihn wirklich gleich würde ich sagen ja natürlich wo dann? guten tag mein lieber freund das ist ein überfall bitte mit erhobenen händen aus deinem haus rauskommen denkst du den M9 Leute? denkst du den M9 Leute? denkst du den M9 100? ja hab ich im Blick ja der hat der Symbol drauf? wenn ja dann schießt schon mal hast du Dietrich? ja ich knack schon ok Leute die wohnen da alle ne? ist mir scheißegal alter er hat den Gearsafe in seinem haus gemacht ja beschuss auf den M9 wenn er landet also erstmal Warnschüsse ist der sicher von den? ja klar der ist direkt im Untergang ja und da kommt noch ein Teppesgerät da kommt noch ein Teppesgerät das ist meins nein wer braucht Holzkohle Jungs? ich bräuchte Holzkohle ich hab viel zu viel äh ich hab kein Platz im haus Platz im haus äh dein haus ist doch hier ne lad das ein komm nimm das Gerät und lad das ein ja ist ok ich hab dem jetzt Warnschüsse gegeben die haben einen abgesetzt glaube ich ja? hat sich keiner mehr mit dem jetzt gemacht oder wie? wer wollte ja nicht wir haben den Überfall angekündigt ne Meider hat den erschlossen die ab sofort sonst bist du tot äh was heißt äh angekündigt ich hoffe jetzt mal nicht wir standen vor dem haus und haben reingestehen ich unterhalte mich hier gerade darf ich den erschießen? mit